Norddeutscher Rundfunk 2021 Kreuz Händler und Groß! Super Schuss und Weltklasse-Reaktion von Maria Luisa Groß! Da ist die Möglichkeit und der ist drin! Ausgleich durch Saskia Mattheis! 1 zu 1 und was für ein Tor! Sie sieht die Lücke und sie rutscht sogar noch weg und dann ist der perfekt in die Ecke. Klasse von Hoffmann! Bücheles! Super pariert! Klasse die Parade von Laura Sieger! Der hätte ganz gut gepasst dieser Abschluss davor von mir, Büchel! Mit der Hacke und ich glaube da flippt die Trainerin auch ein bisschen aus Superschuss! Und da ist das 1 zu 2! Überragender Abschluss von Marie Müller und da fliegt auch Laura Sieger Vergebens! Ein super Distanzschuss! Der sich ins Lange exenkt! Das Mittel könnte sein, entweder flacher, spitzer Ball durch die Spitze! Oder so! Einfach mal abziehen! Einfach mal reinmachen! Ja, warum ja nicht! 1 zu 0! Für Bayern 04 Leverkusen! Zack! Und rein! Unter die Latte! Alle Spiele live! Nur bei Magenta Sport!